Ja, und dann melde ich mich auch zurück. Wir werden jetzt dann, nachdem ich zwei E-Tanks voll gemacht hab, dachte ich mir kaum, die müssen reichen und... Oh, sieht böse aus. Was ist denn hier passiert? Wir werden natürlich jetzt weiter durch Dr. Dobblas Laboratorium gehen. Uah, ich geh weg. Such dir Freunde, aber nicht mich. Ja, einige Leben hab ich dabei auch noch gefarmt. Es geht natürlich jetzt, versuche ich natürlich jetzt weiterzumachen. Uah, ha, ha, ha. Ist okay, ist okay, mein Freund. Komm, runter da. Ah, jetzt mach doch keinen Mumpet-Zier. Komm. Na, geht doch. Ah, ja, komm. Bumst mich richtig. Alter Schawede, ey. Ja, hier jetzt dasselbe in grün, aber den hab ich geschafft und lass mich dann trotzdem nochmal treffen von ihm hier, weil ich mir dachte, das gefällt mir so. Ich glaube, es war nicht klug, mit nur zwei E-Tanks hier reinzugehen. Nein, das glaube ich nicht. Oh, hier geht's runter. Oh, jetzt können wir auswählen. Natürlich die falsche Taste gedrückt. Ah, ja, geht doch. Ja. Natürlich nehmen wir unseren guten Superroboter mit. Warum auch nicht? Der wird uns jetzt sicherlich gut helfen hier. Boom. Ja, das sagt mir aber auch keinem, dass da ein Abgrund ist. Ja. Ja. Ist okay. Ich glaube, wir sind ohne Roboter ernsthaft besser bedient. Obwohl ich mir bei dem Gegner echt nicht sicher bin. Ja, ist okay. Okay. Also, ich mach mich mal ohne Roboter hier auf den Weg, in der Hoffnung, dass es besser läuft. Nein! Nicht da rein! Komm. Zack. Und. Geh hoch. Danke. Boah, das ist so ein Abfuck jetzt gerade. Aber wir müssen echt ohne Roboter hier durch. Das ist um einiges einfacher wahrscheinlich. Hör. Ja. Ja, genau. Ja. Nein. Ey, das ist doch nicht wahr. Geh mal weg da. Ja. Ja. Ja, ist okay. Meine Fresse. Ey. Hätten sie die Stelle hier nicht noch ein bisschen schwieriger machen können? Aber ich weiß nicht. Hier so ein paar. Ah, klappt natürlich nicht. Warum auch? Könnte ja dem Spieler helfen. Ah. Kommt man hier eigentlich weiter? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss mir dafür erst noch was anderes holen. Habe ich das Gefühl. Und wenn dem so ist, dann... Das ist richtig scheiße. Na, komm. Ja, komm. Treff mich doch wenigstens so, dass es mich tötet. Ha, ha, ha. Ja. Ist okay, Spiel. Natürlich kann ich das Level jetzt auch nicht verlassen. Sprich, ich muss jetzt tausendmal in den Tod springen. Damit alles klappt. Doch, sind ja nur sechsmal. Ist okay, Spiel. Ist okay. Ah, kann ich das nicht mehr rückgängig machen. Ich will hier raus. Klappt natürlich nicht. Warum auch? Hm. Vielleicht mal... ...mit Zero versuchen, ob das klappt. Was ich natürlich auch bezweifle. Ja, komm. Stirb einfach. Ah, du willst mich verarschen, Spiel, oder? Wenn dann den Spieler mal so richtig schon einen auf die Fresse geben, ey. Leck mich am Schnitzel. Den kann er natürlich nicht einsetzen. So, mal schnell in die Ecke hier rein. Ah, da setzt er das Schwert ein. Grrrr. Ja, und hier kann ich natürlich ganz schlecht ausweichen. Warum kann es da nicht einfach abgehen? Warum muss das einem Spieler so schwer gemacht werden? Ja, genau. Oh. Ich bin hier hochgekommen und erwartet uns sofort... ...ein Gegner. Oder? Hier erwartet mich rein gar nichts anscheinend. Okay. Na ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe mal... ...dass ich jetzt hier auf Megaman wechsle. Jetzt sofort wieder. Auf Axe. Zero. I'm on my way. I'm on my way. Gut. Damit haben wir wieder ein bisschen mehr Leben. Und können uns hier direkt weiter durchversuchen. Ha. Ist okay, Spiel. Ist okay. Also ich habe gemerkt, mit Zero war das jetzt eindeutig etwas einfacher. Und mich würde es freuen, wenn der mir da jetzt nicht in die Pointe springt. Oh. Geh nach oben. Ausweichtaktik Nummer 307. Stirb. Au, 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 au. Geh weg. Danke. Ah. Ja. Ist okay. Gib mir keine... Kein... Keine Zeit. Naja, Zeit wird ja eh heutzutage überbewertet. Also so ist es ja nicht. So, was... Kann ich das benutzen? Ja, ich kann mich hier draufstellen. Okay. Verpiss dich. Du auch. Kommt der Nächste. Dein Nächste ist... Jetzt hier dieser... Scheiße. Na, komm nochmal. Ja, geh wieder hoch. Ganz langsam. Ist ja nur meine Zeit. Ja. Meine Zeit. Da will ich nicht rein. Das sind Stacheln. Na, komm. Wow. Ist bei mir beinahe in die Stacheln gesprungen. Das wäre so etwas von unpraktisch gewesen. Ja, aber so etwas von. Ja, versuchen die. Es bringt nichts. Haben die es nicht begriffen? Ja, das ist natürlich fair. Nein. In die Stacheln. Nein. Nein. Man muss da immer so rechtzeitig abbremsen. Ja, so. Zum Beispiel nicht. Einfach mal in der Luft stehen bleiben. Das ist auch gut. Eine Taktik, die mir gefällt. So. Wie hoch geht das hier eigentlich? Mich würde es freuen, wenn das hier zu Ende wäre. Ich bleib mal auf den einfach drauf. Ist irgendwie gesünder für mich, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt kommt er. Nein. Was war das denn jetzt? Gut. Jetzt kommt der letzte Rest. Den beschleunige ich mal etwas. Und, oh mein Gott. Wir kommen zum nächsten Kampf. Was erwartet uns hier? Dr. Dobler oder... Was erwartet mich hier? Nichts. Okay. Hier erwartet mich einfach mal nichts. Jetzt erwartet mich was. Ah, weil... Nicht schon wieder. Den haben wir ja schon einmal besiegt. So, jetzt ist natürlich die Frage... Ja, komm. Ich habe die schon einmal gekriegt. Erste Runde zählt, gilt für dich. Aber auch nur, weil ich zu wenig Energie hatte. Zweite Runde wird nicht so rosig für dich aussehen, mein Freund. So leid es mir tut.